So, da wäre ich wieder. Nennt mich jetzt Geduld, du Gotten, denn ich werde das alles schön Schritt für Schritt durchgehen. Also, erster Schritt. Hier können wir ruhig durchlaufen. Das ist staatlich genehmigt. Glauben allerdings, dass hier... Doch, hier war richtig. Also, wir sollten in die Richtung gehen, wo wir mehr von den Steinhaufen sehen. Hier rum, hier rum, hier rum. Darum, darum, darum. Zwei Geister töten. Also, es sind insgesamt, glaube ich, drei in diesem Gang. Um den Eingehen und ignorieren. Den hier. Die zwei hier töten wir. Ich bin in die falsche Richtung geholt. Den hier. Und seinen Kollegen links töten wir. Dann töten die zwei Wächter. Ja. Soweit alles ab. Absolut kein Problem. Na, komm. Okay. Feuerball. Feuerball. Oh, der war gerade ein Schild oben. Das Schild oben ist nicht schön. Na, komm. Versuche zu treffen. Busch. Ja, gut. Wo du gerade auf dem Präsentierteller stehst. Komm, wir noch mit. Vielleicht kriege ich meine 25.000 Seelen dann doch wieder zusammen. Das war doof. So, nächster Faktor. Ich hätte gerne ein Menschenbild. Ich hätte gerne das da. Und dann springen wir runter und laufen einfach nur geradeaus weiter. Oh, das ist falsch. Oh, hier ist der Loot. Nein, hier hatten wir irgendwas kaputt gehauen. Genau, da wo ich die Statue kaputt gehauen habe, da müssen wir weiter. Also, hier. Also, hier. Irgendwer glückt dann drum. Das ist okay. So, hier. Runter. Dich töten. So, die Glocke ist nicht angegangen. Und Talana wird sie auch nicht absichtlich jetzt benutzen. Das heißt, die Magier werden uns nicht zu... Warum sehen wir die Magier jetzt nicht? Achso, wir müssen die Glocke einmal läuten, damit die Magier auftauchen. Oh, da kommen die gar nicht erst, jetzt wo kein Glöckner da ist, um die zu... Ja, die kommen gar nicht erst. Oh, sehr schön, wenn man endlich mal durchblickt, was eigentlich vor sich geht. Also, Glöckner töten, keine Glocke läuten, es kommen gar keine Magier. Das macht das Ganze schon mal dezent einfacher. So, und dann... Wo ist mein Fernglas? Hatte ich weggenommen wegen Gewicht, ne? Ja, das brauche ich aber hier, um da hinzukommen. Da. So, und dann gucken wir doch mal, ob wir den nicht erwischt bekommen ohne Schild. Jedenfalls beim ersten Treffer. Ja, zweiter nicht mehr. Aber okay. Kaputt. 1, 2. Oh, so, knapp. Ja, zu viel gerollt. Komm, au, au, au. Pieks, 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 pieks. Ja, äh, gleich noch ein, da von hinterher. Komm, ich kümmere mal einen Seelen-Speer. Aber werden ihn... Oh, werden wir ein Kraut essen müssen? Nee, müssen wir gar nicht. Wenn wir nur die Seelen-Pfeile benutzen. Dann hätte ich wieder Snipern sollen zuerst. Wenn wir nur die Seelen-Pfeile benutzen, die ganz kleinen, popeligen Dinger. Oh, oh. Dann können wir auch ohne Kraut zurechtkommen. Weil beim Boss benutzen wir die großen Geschosse. So, jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, ha. Sehr verlockend, sehr verlockend. Kommen alle hier in die Mitte. Genau. Haut alle mal zu. Ja. Eventuell brauchen wir da mehr Int oder so. Aber so wie es jetzt gerade ist, nicht beeindruckt. Komm, 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 komm. Dann haben wir gleich nur noch die zwei auf der Treppe, richtig? Weg. So, Geduldegon hat sich ausgezahlt. Wir haben schon mal 11.000 Seelen und da werden noch mal 11.000, 12.000 Seelen sein. Noch einen davon, bitte. Das heißt, wir hätten dann unsere 24.000 wieder zusammen. Problem ist nur, wir werden sie sofort wieder verlieren, was den Boss angeht. Das ist ein wenig doof. Ja, das ist nicht gut. Hallo? Na ja, da geht's aber wieder zurück. Du bist nervig. Oh, warte mal. War aber so eine gute Idee. Ausrüstung. Gib mir mal Blitzbomben. Au. Vergiss die Blitzbomben. Vergiss ganz schnell die Blitzbomben. Ach so, und der Effekt von dem Boss, der uns vorhin gekillt hat, das war übrigens definitiv ein Dunkelheitszauber. Das heißt, wir sollten diese Dunkelheitspastillen auch nehmen. Und er hier wendet seinen Speer, bevor er zuschlägt. Also er wirbelt ihn einmal um die eigene Achse, bevor er ausholt. Das ist ein gutes Zeichen, um zu erkennen, wann er zuschlägt. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Könnt ihr mal hingucken? Genau auf die Speerspitze? Okay. Da jetzt nicht. Da auch nicht. Haben die zwei jetzt verschiedene Angriffsmuster, oder? Oh. Ja. Der hier verhält sich vollkommen anders, wie sein Kollege eben gerade. Hm. Na komm. Ein Treffer noch. Gedulde gone hat langsam kein Geduld mehr. So. Geht mir. Versucht Blitz. Oh, stimmt. Wenn das ein Dunkelheitsgegner ist, sollte man Blitz benutzen. Ähm. Wir haben die Blitzdinger schon im Quickslot. Ne, die Zauberurne. Ne, haben wir nicht. Schade. 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 Zauber auffüllen. Müssen wir Zauber auffüllen. Was haben wir verbraucht? Wir haben die Feuerwelle verbraucht. Wir haben noch drei Seelenspeere. Wir haben sechs Seelenregen. Ne, da brauche ich kein Kraut für. Ist okay. Das heißt, sobald er gleich auftaucht, machen wir Seelenspeer, Seelenspeer, Seelenspeer. Wenn er versucht, sich aufzuladen, können wir Seelenregen über ihn machen. Weil er müsste größer sein als die Wachen hier. Also müsste er auch öfters getroffen werden. Und ich mache jetzt, bevor ich reingehe, die dunklen Pastellen. Gut. Ausrüstung. Das kam wieder weg. Regeneration brauchen wir auf jeden Fall. Weil wir sehr viel laufen und rollen müssen. Schneller zaubern auch. Das ist alles soweit okay. Dich können wir rausnehmen, weil wir keine Pyromatize-Aumübe haben. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Gut. Also dreimal Seelenspeer. Bis er nah dran ist. Dann gucken, was kommt. Und sobald er auflädt, müssen wir auf jeden Fall nahe genug dran sein, um ihm eins reinzubrezeln. Weil wir haben da recht viel veralbert im letzten Kampf. Oder ich habe recht viel veralbert, weil ich zu weit weg war. Und weil ich einmal den Stab aus der Hand genommen habe. Also, passt den. Flakon rein. Seitlich kann ich weg wollen. Okay. Nochmal. Alles daneben. Trink. Okay. Ja, man kann seitlich ausweichen. Aber das ist schwierig. Das ist so nicht. Du musst da... Oh. Komm, gib mir wenigstens... Ja. Macht fast keinen Schaden. Alles zu weit weg. Trink. 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 Das war neu. Gleich kommt wieder so ein Schattenrollding. Oh, wenn man stehen bleibt, trifft das einen gar nicht. Oh, das schon. Heilung. Ist okay. Das ist super. Einfach stehen bleiben, den Treppen sind die. Einfach stehen bleiben, den Treppen sind die. Einfach stehen bleiben. Wow. Zweimal Heilung. So knapp. Also ja, es lief schon mal wesentlich besser als am letzten Mal. Und es scheint zufällig zu sein, wo die schwarzen Bolzen langfliegen. Also wir hatten eine Phase gehabt, da konnten wir einfach still stehen bleiben und die Bolzen sind um uns rum geflogen. Aber diese Lücke ist wohl nicht immer an derselben Stelle. Deswegen muss man aufpassen. Ich würde ganz gerne dieses Mal trotzdem noch eine Kleinigkeit ändern. Und zwar würde ich ganz gerne jetzt wieder auf Pyromantie umsteigen. Aber wir hatten bisher noch keine Chance zu gucken, wie viel Schaden Pyromantie bei dem verursacht. So, Zauber-Einstimmungen. Ich würde ganz gerne den da rausnehmen, weil das war echt nicht so toll. Den rausnehmen, weil wir den kleinen Vieh mit 34 Ladungen klein bekommen. Und das große Vieh davon sich nicht so beeindrucken lässt. Also nehmen wir das da hin. Ich brauche was mit Reichweite. Feuerkugel. So. Finsterer Nebel. Gift. Ich glaube Gift können wir... Ja, Gift bei dem Boss? Aber müssten wir zu lange zu nah dran stehen. Finsterer Hagel. Äh... Feuert mehrere Finsterkugeln ab. Das macht er ja auch gerade, ne? Ja, Finsternis... Nee, Finsternis gegen Finsternis wird nichts bringen. Aber Feuer... ...quasi Licht gegen Finsternis wäre schick. Wunder wäre wahrscheinlich am besten. Also das da. Dafür bräuchten wir 36, glaube ich. Und das... Nee. Das wird nichts. Seelenblitz. Der macht schön viel Schaden, wenn man nah dran ist. Wenn man nah rankommt, ist halt doof. Ja, nee. Ich probiere jetzt noch ein bisschen mehr Pyromantie. Ist okay. So. Also. Geduldugon. Wald deines Amtes. Den Weg kennst du ja langsam. Den ersten Kampf, den wir machen müssen, sind die... ...zwei Geister bei den Schildtypen. Und dafür brauchen wir die kleinen Pfeile. Kannst du euch ein bisschen laufen. So. Dich können wir gehen. Geist Nummer 1. Ähm. Ja. Ja. Geist Nummer 2. Und die hier bringen wir jetzt mal nicht mit dem großen Feuerball um. So. Damit stinkt nochmal ganz kleine Kugeln. Mal gucken. Also es wird eine Weile dauern, aber... Wow. Vielleicht geht es hier auch so. Ja. Oh. Au. Nicht jetzt sterben. Bitte nicht jetzt sterben. Bitte nicht jetzt sterben. Stamina ist mal. Erster ist down. Sehr gut. Ja. Und kaputt. Ja. So. 17. Oh. Autoritätsrüstung. Ja. 17. Ladung haben wir noch. Ormas Großschild. Oh, das ist deren Großschild, ha? Bestimmt beeindruckend aus. Wie so eine halbe Tür. Genau. Wiegt auch mal eben 16. Schild eines der Ritte, die vor langer Zeit, die vor langer Zeit versuchten, die Gruppe der Untoten einzunehmen. Sie trugen keinerlei Waffen, nur in zwei Hälften zerteilte Schilde, mit denen sie ihre Feinde spielend leicht zerschmetterten, bis ihre Leichen auf Grausamste entstellt waren. Die Abbildung zeigt zwei Boten aus dem Jenseits, die die kürzlich Verstorbenen begrüßen und die Taten ihres Lebens begutachten. Und also Richter. Klein Heilstein, bitte. Da. Klein Heilstein. Vielen Dank.